Nico, 12 Jahre behauptet. Ich erkenne aus 100 Feuerwehrsirenen auf der Welt mehr als Armin Rohde. Ihr bekommt beide abwechselnd jeweils vier Feuerwehrsirenen vorgespielt, die ihr dann korrekt dem jeweiligen Land zuordnen müsst. Bei einem Gleichstand entscheidet ein Stechen. Nico beginnt. Klein gegen groß, auf, los, geht's los. Nico, hier ist deine erste Sirene. Finnland. Du sagst Finnland. Wir schauen, ob das richtig ist. Hier kommt eine Auflösung. Hi, my name is Petris Strandberry and I'm a Firefighter in Helsinki, Finnland. And this is what our firetruck siren sounds like. Super, oder? Sehr gut. Sehr gut. Erster Punkt, Nico. Armin, deine erste Sirene. Ohren auf. Hier kommt sie. Das klingt fast wie eine deutsche Polizeisirene. Weißt du es, Nico? Ja, ich weiß. Du weißt, wo es her ist? Ja. Und woher? Okay, ich sag, ich sag, ich sag einfach mal Schweden. Schweden? Ja. Okay. Aber nicht so viel Hoffnung nach Nico's Reaktion. Schauen wir doch mal. Wo kommen Sie her? Aus welchem Land berüstungs der Kollegen? Mein Name ist Harjan Steenpoorten. Brandwehrmann bei der Veiligheidsregio Zeeland, Post-Osterland. Und das Geräusch von der Sirene klinkt so. Das war die Feuerwehrsirene aus Hollands. Nico, deine zweite Sirene. Hier kommt sie. Polen. Okay, wenn du dir sicher bist, schauen wir, ob uns da ein Kollege aus Polen grüßt. Hi, my name is Rafał and I am firefighter in Łumianki, Polen. Hey. Okay. This is what a fight truck Siren Siser. Zwei zu null Nico. So, Armin, deine zweite Sirene. Und hoffentlich dein erster Punkt. Okay. wenn ich mir den nico so angucke ich habe bis jetzt nur laut gedacht ich habe noch gar nichts gesagt das ist auf keinen fall ungarn portugal portugal dann überprüfen wir das das ist aber immerhin 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 wird in brasilien portugiesisch gesprochen ich wollte gerade sagen ich wollte gerade sagen das ist ein halber punkt oder also nico du könntest du jetzt eigentlich schon den sack zu machen wir haben so viele schöne sirene aber wir hören uns noch was ankommt nico deine dritte das ist übrigens eine die nico gerne zum einschlafen wird portugal das ist portugal das ist das wäre jetzt ein treppenwiss ich wollte gar nicht lange unterbrechen aber wenn euch die challenge gefällt dann abonniert den kanal wenn ihr es noch nicht getan habt und denkt an die glocke so jetzt geht es weiter schau mal ob das portugal ist da kam aber gerade vom spezialeinsatz hat ein dritter punkt nico kommen armin jetzt bin ich wieder das müsste usa sein oder oder in hongkong haben so aber das müsste eigentlich usa sein ich wünsche es dir sehr ich habe ein bisschen sorge dass dein bruder sich vielleicht von dir los sagt wenn du hier nicht das wird jetzt schwer in der familie ist das usa das ist die weltkrieg sirene genau das ist die usa ach armin also nico kommen einen noch und armin dann kommt der punkt für die galerie mein bruder sagt noch du schaffst das sagt er aber du weißt es du bist nicht dran aber was sagst du bist jetzt dran ja schiele stimmt er ist dran ja stimmt dass armin gut schiele schiele sagt er stimmt auf jeden fall das kann eigentlich nur schiele sein also gerade dieses das ist ja ich habe ich schon verloren ich sag mal armin es ist knapp Ja, aber es gibt jetzt auch so eine letzte Chance. Also wenn du die jetzt erkennst, würde ich fast sagen, weil es ist ja doch so schwer. Okay. Dann, jetzt geht es um alles. Jetzt geht es um alles eigentlich. Also wir haben fast unentschieden. Ja. Okay, hör gut hin. Das ist USA. Das ist USA. Also da bin ich jetzt aufgeschmissen. Da bist du aufgeschmissen? Ja, die hätte ich jetzt auch nicht erkannt. Echt? Ich würde sagen, das ist USA. Das würde mir ja doppelt Hoffnung machen. Das würde mir Hoffnung machen, dass du nicht unfehlbar bist und das würde mir Hoffnung machen, dass ich nicht ganz, ja. Daran habe ich sowieso keinen Zweifel. So, gucken wir mal, ob das USA ist. Wir springen alle auf in der Stimme. Dylan DeVries, I'm a firefighter in Hoxie, Kansas in den USA. This is good to sign on more firefighter system. Klasse, klasse, klasse. Armin, das war richtig. Jawohl, sehr gut. Und damit endet dieses Duell ganz knapp, aber Nico macht am Ende doch das Rennen. Und der Sieger im Feuerwehr-Sirenen-Duell heißt Nico. Wollt ihr noch mehr so freshe Videos? Tja, egal ob Akrobatik oder Zungenbrecher, wir haben sie alle. Also, hier geht's weiter und denkt natürlich daran, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.